Herzlich Willkommen beim einzigen Ort der Wahrheit in einer Welt des Aberglaubens und des Antinaturwissenschaftlichen Irrtums. Als allererstes gehen Sie gleich mal rechts unten auf das Zahnrädchen und stellen Sie die Wiedergabegeschwindigkeit schneller, weil ich ja so langsam rede. Ja, also wo findet man in der Welt Wahrheit? Nur in der Addition von Physik plus Chemie plus Biologie inklusive aller Varianten von Psychobiologien und Soziobiologien und Mathematik und Statistik. Ja, also wir müssen dazu nehmen einfach und da sollte sich auch viele klar sein, viele die mit Mathematik in ihrem Leben Probleme hatten, sollten dann gleich erkennen, ja hoppla, wahrscheinlich sind sie nicht in der Lage Realitäten zu erfassen, denn sie sind typischerweise nur Leute, die auch eben mit Mathematik und mit Zahlen und mit Statistik und wissenschaftlicher Methodenlehre gut zurechtkommen. Nur solche Leute können wirklich sich im Bereich der Wahrheit befinden, also ich wiederhole Physik plus Chemie plus Biologie inklusive aller Psycho- und Soziobiologien plus Mathematik, Statistik, wissenschaftliche Methodenlehre. Nur dort finden sie Wahrheit, alles andere ist Irrtum und Illusion und so weiter. Ja, und das war, wenn wir uns das mal klar machen, ja, Kopernikus, Kepler, Galilee, Gregor Mendel, Charles Darwin, Alfred Russell Wallace, Die waren alle natürlich in ihrem Zeitpunkt, die haben sich alle nur mit Einzelteilen der Welterkenntnis befasst, aber hatten dann wahrscheinlich auch so immer dieses Entsetzen sozusagen. Oh, schrecklich, wie sehr die Welt an ihren Irrtümern verhaftet ist und wie weit sie unfähig sind, die Massen unfähig sind, sozusagen die jeweiligen Neuerungen zu erkennen. Noch heute haben wir viele Leute, die immer noch an die flache Erde glauben, also die Flacherdler, ja, und wir haben heute immer noch Leute, die, also die Kreationisten, die Darwin und Wallace ignorieren und so weiter und nicht anerkennen wollen. Also das heißt, dieses Entsetzen über die unglaubliche Kraft des Aberglaubens und der Irrationalität und des Irrtums. Aber das müssen wir uns ganz klar machen, da in der Evolution der letzten 400.000 Jahre eine Unmenge an vorteilbringenden Irrtümern in die Bevölkerung hinein gepumpt wurde und sich evoluiert hat, ist es auch verständlich, dass eben, wenn die Köpfe voll sind von vorteilbringenden Irrtümern, dann ist auch nicht zu erwarten, dass da irgendwas Rationales draus kommt, sondern eine zutiefst abergläubische Welt daraus resultieren muss. Ja, und nachher, was ist unser heutiges Tagesthemen? Dann, da haben wir es, die wissenschaftlichen Tagesthemen, heute Journal, Abteilung, wir machen ja alles in einem Tagesschau und Tagesthemen in einer Sendung, heute und heute Journal in einer Sendung. Und da wird es nachher dann um die Gemeinwohlökonomien plus Fridays for Future gegen Markus Krall, gegen Hans-Werner Sinn und gegen Sarah Wagenknecht gehen, aber erst wie immer die Kurznachrichten. Ja, Bodo Schiffmann hat sowas angedeutet, als ob in Finnland die Aufhebung aller Maßnahmen anstünde. Wird denn noch ein Staat außer Schweden und Weißrussland vernünftig und hört endlich auf damit? Das wäre ja schon mal schön, das wäre ja mal ein gutes Zeichen. Wie ist die Grundüberlegung? Es sind eigentlich zwei Schlüsselfragen. Bundeskanzler Kurz und Professor Drosten haben ungefähr für Schweden vorhergesagt 120.000 Corona-Tote. Und obwohl in Schweden das Virus völlig freie Bahn hatte, wo sind, bitte schön, warum sind da nur 6.000 angebliche Corona-Tote statt den 120.000 prognostizierten? Das bedeutet, dass also Professor Drosten und damit ganz Deutschland und Bundeskanzler Kurz und damit ganz Österreich Corona von der Gefährlichkeit her um ungefähr den Faktor 20 überschätzt haben. Und daraus erklärt sich auch, dass sie jetzt also alle Angst davor haben, dass in Deutschland die 800.000 prognostizierten Corona-Toten noch morgen plötzlich anfangen könnten zu kommen, sozusagen, ja, weil man quasi dem Irrtum aufsetzt, man hätte mit dem Lockdown gerade so eben von den 800.000 möglichen zu erwartenden Corona-Toten hätte man 790.000 bisher erfolgreich verhindert. Und jetzt ginge es darum, eben weiterhin alles dafür zu tun, diese noch kommenden 790.000 zu verhindern, während Schweden und Weißrussland uns zeigen, nein, die werden nicht kommen, weil sie sind in Schweden nicht gekommen, da sind nicht 120.000 Corona-Tote, sondern 6.000. und in Weißrussland überall sind die Journalisten ausgezogen und haben Zeugen gesucht, haben Leute interviewt und haben in Weißrussland und Schweden nicht mehr als anderthalb Zeugen gefunden, die gesagt haben, ja, in diesem Jahr sterben etwas mehr Leute in meinem Bekanntenkreis als in den Jahren vorher. Ansonsten haben sie keine solchen Zeugen gefunden, das spricht nicht eindeutig dafür. Hier wird nicht außergewöhnlich viel gestorben, obwohl man in Weißrussland das Virus völlig ignoriert hat, also so nach dem Motto, nö, Corona gibt es gar nicht, verhaltet euch ganz normal. Und in Schweden so ähnlich. Da haben zwar einige Leute vielleicht mal ab und zu eine Maske getragen oder ab und zu mal ein bisschen Abstand gehalten, aber über die Schulkinder waren die Infektionswege zu jedem Schweden sperrangelweit offen gestanden und deswegen hätten die ja jetzt, wenn die Gefährlichkeitseinschätzung von Drosten und Kurz gestimmt hätte, hätte man da jetzt, bitte schön, 120.000 Corona-Tote vermelden müssen. Schluck Wasser. Aber bitte Verständnis, in dieser Angst lebt ganz Deutschland. Das normale Deutschland lebt in der Angst, wenn wir jetzt nicht total aufpassen kommen, dann jetzt die 790.000 fehlenden prognostizierten Corona-Toten. Und das muss man verstehen und deswegen darf man da den Leuten darf man nicht entsprechend vorgehen. Also man darf zum Beispiel nicht einfach die Regeln dieser verängstigten Masse missachten. Man darf auch nicht einfach den Leuten, die einfach nur im Irrtum sind, einfach böse Absichten unterstellen. Wie gesagt, ich habe ja schon oft gesagt, dass die beweislose Verdächtigung ja eigentlich eine verbotene Handlung in Deutschland ist. Und vieles im Internet ist ja leider, das Internet ist ja in vielerlei Hinsicht leider tatsächlich der Ort der beweislosen Verdächtigungen. Und Sie sehen das ja auch, wenn Sie irgendwo dieses Thema Shitstorms oder überall wird beleidigt und bedroht und so weiter. Das ist alles, kreist alles um das Thema beweislose Verdächtigung. Die Leute sozusagen haben keine Ahnung von nichts, aber beleidigen, munter drauf los, unterstellen anderen Menschen böse Absichten, verdächtigen, auf Teufel komm raus. Also man könnte schon sagen, der Internet ist einfach auch der Ort, wo sich alle Kriminellen Deutschlands austoben können sozusagen. Beleidigungen sind kriminell, beweislose Verdächtigungen sind kriminell, Unterstellungen sind kriminell. Also wir sollten vielleicht in der gesamten Gesellschaft das nochmal richtig deutlich machen. Es ist kein Kavaliersdelikt hinzugehen und was weiß ich, Bundeskanzlerin Merkel irgendwelche bösen Pläne gegen Verschwörungen gegen die Gesellschaft zu unterstellen. Das sind nichts anderes als Unterstellungen sind alles verbotene Handlungen und vielleicht müssen wir das wirklich machen, denn das hat Sigmund Freud schon gesagt, wenn sie irgendwo eine dunkle Ecke in einer Stadt haben und diese dunkle Ecke ist im Moment das Internet, wo der Arm der Kriminalpolizei nicht richtig hinlangt sozusagen, da sammelt sich dann alles kriminelle Gesindel in dieser Ecke und deswegen haben wir dann auch alle verbalen Straftaten, die man nur begehen kann. Es müsste so sein, dass wer irgendwo eine beweislose Verdächtigung äußert, eine Beleidigung, eine Unterstellung, eine Verleumdung, eine Rufschädigung, eine Geschäftsschädigung oder so, dass der nur bei der Kriminalpolizei bei einer Nummer anrufen müsste und innerhalb von Minuten würde die Kriminalpolizei direkt den Täter ermitteln und direkt das Gerichtsverfahren einleiten und dann würde das direkt abgeurteilt und so weiter und dann würden wir vielleicht Ordnung im Internet kriegen. Ja, aber eben wie gesagt, das Gefährliche ist, dass eben ein großer Teil der sogenannten Verschwörungstheoretiker, die also anderen Leuten Dinge unterstellen, für die sie gar keine Beweise haben, sondern nur vage Vermutungen haben, dass sie quasi überall die verbotene Handlung einer beweislosen Verdächtigung, was ja praktisch fast identisch ist mit einer falschen Verdächtigung ist, die das ständig praktizieren, wir müssen das zum Großthema machen, dass wir zwar sagen können, liebe andere Menschen, ihr irrt euch, weil, warum, wieso, weshalb, Begründung, Argument und so weiter, aber einem anderen Menschen sozusagen einen bösen Plan und böse Ziele zu unterstellen, vergiftet nicht nur sofort jede Kommunikation und macht auch jede Annäherung unmöglich, sondern bedeutet auch letztendlich, dass wir es dadurch zulassen, dass die Leute sich an strafbare Handlungen gewöhnen und denken, das sei eine Meinungsäußerung. Eine beweislose Verdächtigung, eine Unterstellung, eine Beleidigung ist keine Meinungsäußerung und das müsste der Rechtsstaat knallhart und deutlich machen, sodass das Internet gereinigt wird von diesen Dingen. Ja, so, ja, und dann, dann ist alles natürlich eigentlich langweilig, weil eigentlich ist das Hauptargument auch am Ende nicht Schweden, nicht Weißrussland und so weiter, sondern das Hauptargument ist immer, kann immer nur sein, warum darf man niemals dem Mainstream der Medizin und der Pharmaindustrie vertrauen. Ja, und das ist das Hauptargument, das Schlüsselargument. Unter Bedingungen von freiem Markt, freier Markt, ja, also da haben wir unsere Tagesthemen, unter Bedingungen von freiem Markt, wie ihn Markus Krall befürwortet, Hans Werner Sinn akzeptiert und Sarah Wagenknecht nicht tiefer infrage stellt und Fridays for Future auch nicht ernsthaft infrage stellt und sogar die Gemeinwohlökonomie eines Christian Fellber auch nicht infrage stellt, dieser freie Markt ist der Killer der Menschheit. Ja, freier Markt, freie Arbeitsteilung, das ist die Killermannschaft, das sind unsere freilaufenden Tyrannosaurus Rex und Godzilla, die ihre Blutspur in der Menschheit hinterlassen. Ja, weil sie frei sind und nicht gefangen und eingebunden und gelenkt und so weiter unter Schutzdächer, Schutzkäfige und dieser freie Markt bewirkt eben hier machen wir was machen wir denn mal Arbeitsamt dieser erste frühe Arbeitsamt Mitarbeiter, der sagt der lebt noch in der Wahrheit, der sagt ich darf auf keinen Fall jetzt anfangen mir eine große Armee an Arbeitslosen zu halten, damit ich neue Mitarbeiter bekomme, vorgesetzter werden kann und dann Karriere mache, sondern ich muss der Gesellschaft ehrlich dienen und muss wirklich dafür sorgen, dass jemand der bedroht ist von Arbeitslosigkeit sich schon bei mir melden kann und ich sofort schon vorab sorge, dass der nicht einen Tag arbeitslos ist, sondern nur von einem Betrieb in den anderen wechselt und so weiter, ja, das ist ein sich nicht irrender früher Arbeitsamt Mitarbeiter und jetzt haben wir den nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion muss aber irgendwann aber auch der erste sich irrende Arbeitsamt Mitarbeiter auftauchen und der sozusagen so hat so eine Mentalität naja, ich mache so meinen Dienst nach Vorschrift ja wenn jemand arbeitslos geworden ist dann soll er mal kommen dann soll er mal ein paar Formulare ausfüllen und dann ja und dann schauen wir mal und so ja und dann vielleicht schicken wir den Mann in eine Maßnahme und so weiter und diese Irrtümer hält er für ganz normal das hält er für ganz realistisch sein Vorgehen ganz richtig aber dieser Irrtum erweist sich als riesiger vorteilbringender Irrtum denn was passiert jetzt aufgrund dieser Mentalität die erweist sich als vorteilbringender Irrtum weil nämlich jetzt plötzlich immer mehr Leute arbeitslos werden immer mehr Leute in der Arbeitslosigkeit verbleiben er dann sagen kann ich kann die gar nicht mehr verwalten ich brauche neue Mitarbeiter er wird vorgesetzter Gruppenleiter fällt also gerade weil er so ineffizient arbeitet fällt er quasi die Karriereleiter hinauf und kann deswegen hier zwei Kinder drei Enkel zwei Urenkel und so weiter ernähren und wird der Vorfahre aller richtig erfolgreichen Arbeitsamtmitarbeiter das heißt also dass die hier die vorteilbringenden Irrtümer sich massenhaft ausgebreitet haben und die das Arbeitsamt quasi alles tut um Menschen also ohne böse Absicht aus ihren Irrtümern heraus in Wirklichkeit alles tut um zu verhindern dass Menschen überhaupt jemals wieder in Arbeit kommen ja denn sie leben wie ein Hotel von den Gästen und so lebt das Arbeitsamt von der Masse der arbeitslos bleibenden und dadurch stirbt dann diese Mentalität nämlich die wahrheitsorientierte Mentalität des Dienstes an der Gesellschaft und am Bürger tendenziell aus hier nach drei Generationen endgültig ausgestorben macht keinerlei Karriere mehr im Arbeitsamt weil er ja irgendwie ein Fremdkörper ist ja diese Denkweise und diese vorteilbringenden Irrtümer haben mittlerweile sitzen im Kopf aller Mitarbeiter und der Masse aller Mitarbeiter und breiten sich immer weiter aus und wir wundern uns darüber warum es nicht möglich ist dass jeder Mensch in Deutschland arbeitet und wenn er schwerstbehindert ist dann arbeitet er halt mit den drei Fingern die er noch gesund bewegen kann und so weiter aber eben und wenig und mit Maßen aber jeder sollte das Recht bekommen sich als nützliches Glied der Gesellschaft zu fühlen das geht aber nicht wenn unter Bedingungen der freien Arbeitsteilung sich sozusagen die vorteilbringenden Irrtümer so ausgebreitet haben dass überall irrational gehandelt wird und deswegen auch vorhin meine Klage über den Aberglauben in der Gesellschaft wenn sie sich jetzt mal klar machen dass in jedem Gesellschaftsbereich solche Massen an vorteilbringenden Irrtümern massenhaft überall ausgebreitet haben und dann auch die Gesamtbevölkerungen erreicht haben dann ist es ja ganz klar dass unsere Welt eine völlige Welt des Aberglaubens und des Irrtums sein muss wenn doch überall vorteilbringende Irrtümer herumschwirren und zu Gehirnwäschen führen Schluck Wasser Ja von daher aber das ist das Hauptargument und von daher ja wenn ich jetzt hier habe den ersten Früharzt und der sagt ah nein nichts ist gefährlich keine möglichen Krankheitsursachen sondern ihr müsst euch gesund ernähren gesund Sport machen gesunden Lebensstil dann habt ihr starke Immunsysteme und dann braucht er euch um nichts zu sorgen dann braucht er auch mich als Früharzt nicht das ist die Wahrheit und der hier der irrt sich nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion und der sagt nein also ihr könnt euch ruhig ganz auch die denaturierte Nahrung essen die ist genauso gesund dann ernähren sich die Leute falsch machen zu wenig Sport und so weiter und dann werden sie chronisch krank und dann kann er ihnen verkaufen ohne Ende und und wenn er dann noch glaubt und dann sagt er auch noch ja aber die da gibt so kleine Tierchen die man dann später Viren und Bakterien nennt und das sind die absoluten Killer nicht die Ernährung macht euch krank sondern die Viren und Bakterien sind so gewaltig gefährlich und so schädlich und so die absoluten und und deswegen muss ich euch Impfungen Tests Bestrahlungen Chemotherapien Antibiotika und so weiter verkaufen dann verkauft er auf Teufel komm raus kann zwei Kinder drei Enkel zwei Urenkel ernähren und wird der Vorfahre von Drostenwieler und Lauterbach ja und 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 Kanzler Kurz und Merkel übernehmen dann einfach nur dieses was der Mainstream der Medizin mit all seinen vorteilbringenden Irrtümern im Kopf so denkt ja und aber bitte unterstellt diesen Personen nicht mehr als einen Irrtum den sie übernommen haben im Studium weil die ganze freimarktwirtschaftliche Medizin und Pharmaindustrie muss voll sein von lauter vorteilbringenden Irrtümern und ist deswegen voll von Gefährlichkeits Überschätzungs Irrtümern ja und wer das einmal verstanden hat weiß dass man grundsätzlich niemals dem Mainstream der Pharmaindustrie und Medizin vertrauen darf sondern allerhöchsten darf man ein bisschen den sogenannten Ausnahmeärzten den immer wieder auftauchenden nachdenklichen kritischen Ausnahmeärzten und Psychologen vertrauen wie man sie bei den nextscientistsforfuture.de findet und wie man sie bei Bhakti unter Bhakti Wodak und Co findet aber das sind ganz seltene Ausnahmen und die Regierung sagt ja ich kann mich doch nicht auf die Ausnahmen stützen ich muss mich doch auf den Mainstream stützen aber genau da liegt der Fehler wenn sie also eine naturwissenschaftliche Vollausbildung hätten und nicht nur eine Teilausbildung ja es muss sein nicht wie bei Frau Merkel Physik sondern es muss sein Physik plus Chemie plus Biologie plus alle Psycho- und Soziobiologien plus Mathematik und Statistik und wissenschaftliche Methodenlehre und erst das bringt die Wahrheit und das bringt dann die ganz große Klarheit niemals darf ich auch nur ein Wort glauben was ein Mainstream Mediziner und Pharmazeut mir sagt niemals höchstens kann ich zuhören was die Ausnahmeärzte und Psychologen und so weiter sagen die nachdenklichen die kritischen die gewissenhaften die gewissensvollen ja Bodo Schiffmann spricht irgendwie auch irgendwie von so Dingen wie Anzeigen machen also polizeiliche Anzeigen und Klagen einreichen das halte ich alles für völlig sinnlos denn wie ich ja jetzt eben gerade aufgezeigt habe handelt es sich um vorteilbringende Irrtümer wobei die Leute sich ja der Tatsache dass es sich um ein Irrtum handelt gar nicht bewusst sind also liegt auch keine juristische Schuld vor sie können nicht sozusagen Kanzlerin Merkel und Kanzler Kurz verurteilen lassen für Irrtümer an die sie geglaubt haben ja also insofern sind die alle Formen von Strafanzeigen und Klagen ja leider völlig sinnlos ja ich hoffe auch nicht dass dass es bei dem einen Corona-Ausschuss nur um irgendwelche Geld irgendwelches Geldverdienen durch Klagevorgänge geht ja ich hoffe dass das nicht der Fall ist denn das wird zwangsläufig scheitern sie können niemanden verurteilen dafür dass er sich einem Gefährlichkeits Überschätzungsirrtum des Mainstreams der Medizin angeschlossen hat in der Politik dafür kann niemand verurteilt werden sozusagen das ist Usus in der ganzen Welt sie als Bürger müssen sie als Bürger müssen erkennen ja hier wir dürfen niemals dem Mainstream vertrauen denn der ganze Mainstream unserer Systeme ist voll von Vorteilbringenden Irrtümern ja und die die bringen uns um jeden Tag ja die sind die sind Godzilla und und Tyrannosaurus Rex von Jurassic Park ja also ja der Aberglaube der zentrale Aberglaube in dem sie liebe Zuschauer die jetzt noch nicht Fans hier sind sondern noch neu sind sie leben in dem Aberglauben dass freier Markt und freie Arbeitsteilung gut sein ja und genauso auch die Politiker und sie können nicht Leute bestrafen einfach weil sie in dem gleichen Irrtum sind wie die Masse auch ist dann müssten wir wenn wir so vorgehen wollen dass wir alle bestrafen wollen die in diesem Irrtum sind dass sie den freien Markt und die Arbeitsteilung für gut halten irrtümlicherweise dann müssten sie müssten wir jetzt alle Milliarden Menschen bestrafen die gelebt haben in den letzten 400.000 Jahren denn alle die haben freien Markt und freie Arbeitsteilung für gut gehalten und haben die Gefahr nicht gesehen und den Schaden nicht gesehen ja also es geht nicht wir können die nicht bestrafen das hat alles keinen Sinn ja und wir müssen uns also klar machen natürlich ist es verständlich dass die Menschen hier guck mal ob ich ein passendes Bild habe na so so ne ich glaube ich hab nichts richtiges ja okay sozusagen wenn die Menschen Frust haben und der Frust ist ja berechtigt denn all die vorteilbringenden Irrtümer zerstören unser Leben von oben bis unten schicken uns in Kriege und 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 wir werden abgeschlachtet Tag für Tag wir werden in den Krankmachhäusern abgeschlachtet und so weiter alles ohne böse Absichten einfach und daraus resultiert ein gewaltiger Frust und das ist auch so ich bin auch gewaltig frustriert weil dieses System uns schadet weil uns freie die ganzen vorteilbringenden Irrtümer unser Leben total zerstören ja aber dann ist eben der Punkt gehe ich jetzt hin und sage ja dieses Unwetter hat der böse Donnergott der hat sich da verschworen mit dem Blitzgott und dann kam dieses böse Unwetter und das sind böse menschenähnliche Reptiloide oder böse Menschengruppen die sich da verschworen haben und mir deswegen diesen Frust zufügen oder werde ich realistisch werde ich naturwissenschaftlich und sage nee da gibt es ein System Atmosphäre da gibt es die Atmosphäre Luft Wind Wasser Regen Wolken und so weiter da ist ein System Atmosphäre und das hat mir das Unwetter gebracht und natürlich haben auch menschliche Handlungen wie Abgase und so weiter einen Einfluss auf diese Atmosphäre aber letztendlich steckt da keine Verschwörung von Donnergöttern dahinter oder von ja ich meine manche sagen es wäre sogar denkbar dass das Wetter benutzt würde als Waffe ja aber ja gut das kann man alles unterstellen immer wieder die Tendenz da sind böse menschenähnliche Dinge dahinter aber vielleicht ist es einfach auch nur das System Atmosphäre was dahinter steckt und genauso ist es der Punkt hier das ist vielleicht einfach nur das System freier Markt freie Arbeitsteilung das all den Frust erzeugt unter dem wir alle leiden ja ja und noch einmal wer jetzt dahin geht und eben sagt nein das sind böse Menschen mit böser Absicht dahinter das ist keine Meinung Leute das ist eine beweislose Verdächtigung viele Leute meinen ihre Beleidigung ihre Verdächtigung Verleumdungen Unterstellungen Diffamierungen Geschäftsschädigung Rufschädigung Rufmord das seien Meinungen das ist keine Meinung es ist das sind Straftaten das sind verbotene Handlungen die die unser lasch gewordener Rechtsstaat warum ist er lasch geworden weil es eben dort auch wieder vorteilbringende Irrtümer gibt die dem Richter je weicher unser Rechtssystem wird desto mehr Täter gibt es desto mehr Kunden gibt es für Richter und Staatsanwälte und Polizisten und desto mehr Karriere Aussichten und sozusagen desto mehr Vorteile gewinnt man also das weiche Umgehen auch mit verbalen Straftätern ist auch wieder ein vorteilbringender Irrtum der sich ausbreiten musste und das schadet aber wiederum dem ganzen Internet denn gerade weil dort der Ort vieler verbaler Straftaten ist die nicht geahndet werden von einem weich gewordenen Rechtssystem das aufgrund von vorteilbringenden Irrtümern aufgeweicht ist sozusagen gerade deswegen gehen dann natürlich der Mainstream der Journalisten hin und ignoriert das Internet weit gehen denn man denkt eben dort ach naja dort sind die Shitstormer die Beleidiger die Hater die die ganzen und so weiter mit ihren Beleidigungen beweislosen Verdächtigungen Unterstellung Verleumdung Diffamierung und so weiter warum soll ich das beachten ne und deswegen ja aber gut unsere Rechtsreform unsere Staatsanwaltsreform Richterreform Polizeireform würde natürlich das Ganze bringen nämlich dann wenn die Wohlfühlstimmen die Sicherheitsstimmen die Gesundheitsdaten Langlebigkeitsdaten Wirtschaftswunderdaten und so weiter das Ganze lenken dann werden die vorteilbringenden Irrtümer aussterben und das Rechtssystem wird im Internet für Recht und Ordnung sorgen und knallhart durchgreifen wie ich es ja eben schon geschildert habe und dann haben wir im Internet bald keinen rechtsfreien Raum mehr und das ist dann auch gut so ne ja so dann haben wir jetzt noch wir haben wir noch müssen wir noch die Tagesthemen zu Ende machen also aber im weitesten Sinne könnte man wenn man will also sozusagen das Ziel der Next Scientists for Future ist ja freien Markt und freie Arbeitsteilung wegen deren Multiplikation von vorteilbringenden Irrtümern die uns gewaltig schaden wie ein freilaufender T-Rex aus Jurassic Park und ein Godzilla aus den japanischen Filmen ja die uns also ständig Tote bringen und ständig Schäden zufügen ja das wollen ja die Next Scientists for Future beenden und das kann man natürlich auch irgendwo haben die sozusagen die Next Scientists for Future im weitesten Sinne auch das Gemeinwohl im Sinne ja und deswegen müssten die Next Scientists for Future mit der aus unserer Sicht ja nicht ausgereiften weil noch ganz jungen Gemeinwohlökonomie die steckt noch in ihren Kinderschuhen sozusagen Christian Felbers sozusagen ja Beispiel also die Next Scientists for Future deren Gedenken ist über 50 Jahre alt und die Gemeinwohlökonomie von Christian Felber blickt allerhöchstens auf 20 Jahre Entwicklungszeit zurück und so weiter aber wenn man sagen würde also Next Scientists for Future und Gemeinwohlökonomie plus Fridays for Future und die würden jetzt eine gemeinsame Großpresse Weltpresse Konferenz machen mit Greta und so weiter wo war das Bild eben hatten wir doch das Bild Greta wo bist du ja sozusagen mit Greta Luisa anderen Jakob Lasl oder wie sie alle heißen eine riesen Weltpresse Konferenz zu sagen es hat lange gedauert wir haben lange die Dinge ignoriert die um uns herum vorhanden sind und geschehen sind aber jetzt haben wir erkannt dass wir weltweit in jeder Talkshow und überall überall nur noch diskutieren sollten sind sind ist ist der Ansatz der Next Scientists for Future und oder der Gemeinwohl Ökonomie ist das das neue Weltmodell und ist das da so wie wir die Zukunft brauchen damit wir auch mit dem Planeten sanft und behutsam umgehen und fürsorglich umgehen anstatt ihn rasend schnell weiter zu zerstören und zu beschädigen und diese Pressekonferenz würde dann ja quasi letztendlich argumentativ gegen Markus Krall Hans-Werner Sinn und Sarah Wagenknecht antreten weil sagen würden lieber Markus Krall es ist zwar so dass sie recht haben dass vieles staatliche staatliche Behörden ich habe ja eben gerade gezeigt wie das wie schädlich das Arbeitsamt in der jetzigen Form als Behörde für uns alle ist und so weiter sie haben vollkommen recht dass natürlich gibt es schädliche Behörden sind die Behörden alle schädlich weil sie alle sozusagen in denen alle sich vorteilbringende Irrtümer ausgebreitet haben die den Mitarbeitern Vorteile bringen aber der Gesellschaft gewaltige Schäden bringen natürlich sind sind viele staatliche Eingriffe schlecht und ungekonnt weil eigentlich sollte man nur einen kontenstaatlichen Eingriff tun man muss Markt und Arbeitsteilung freien Markt und freie Arbeitsteilung sofort beenden und durch die Wohlfühlstimme die Gesundheitsdaten die Langlebigkeitsdaten die Wirtschaftswunderdaten und viele andere kleinere Steuerelemente in 20 Reformen müssen wir das System so lenken dass sozusagen alles menschenfreundlich wird und dass vor allem all diese vorteilbringenden Irrtümer endlich aus der Welt verschwinden und übrig bleiben dann die dann vorteilbringenden Wahrheiten und dann werden sie übrigens auch erleben dass wir viele Marktelemente wird es dann wahrscheinlich geben aber diese Marktelemente sind nicht der freie Markt sondern das sind Marktelemente die unter einem Schutzdach einem Lenkungsschutzdach sozusagen stehen man könnte auch provokativ sagen es ist dann ein planwirtschaftliches Schutzdach unter dem Tyrannosaurus Rex und Godzilla eingefangen sind und ihre Kräfte entfalten zum Nutzen der Menschheit und nicht indem sie rumlaufen und Menschen fressen und das ist der Unterschied und liebe Sarah Wagenknecht es reicht nicht auch ihr Herr Rixinger hat wieder nur es reicht nicht ständig davon zu reden einfach nur die Welt wird ideal wenn wir Geld von Reich nach Arm schaufeln die Frage ist wenn wir Geld von Reich nach Arm schaufeln wie viel von den Reichen Deutschland dann verlassen und dann gibt es überhaupt kein Geld mehr um es nach Arm schaufeln zu können also darüber muss man doch nachdenken ja und ja aber von daher ist es auch so dass eben die Linke ja auch praktisch nirgends eine Mehrheit hat weil die Leute schon ahnen dass es vielleicht nicht so gut ist die Kuh zu schlachten die ich melken will und schließlich weiß jeder vernünftige Arbeitnehmer ja das Unternehmen was mein Chef gegründet hat das hätte ich nicht geschafft ja gerade war letztens eine Sendung ja wo dann deutlich wurde ja dass viele Arbeitnehmer auch sagen ja okay mich erdrückt die Verantwortung jetzt plötzlich selber Unternehmer im Unternehmen sein zu sollen und nicht mehr Angestellte das überfordert mich ich kann gar nicht mehr schlafen und so weiter ja aber das haben das haben alles die Unternehmer auf sich genommen die die Arbeitsplätze geschaffen haben indem die Leute heute gemütlich ihrem Job nachgehen können und alle vernünftigen Arbeitnehmer wissen auch dass sie die Unternehmer im Lande halten müssen festhalten müssen weil sie sonst keinen Arbeitsplatz mehr hätten denn wie funktioniert denn die Welt es sind geniale Unternehmer wie funktioniert die Welt dass die Normalverteilung es sind hier das sind die Genies der Bevölkerung jeweils die Dinge entwickeln und erfinden oder in der Lage sind geniale Erfinder so zusammen arbeiten zu lassen und zu einem Team zusammen zu schmieden dass diese genialen Erfinder Produkte erfinden ich denke immer an das iPhone also von Apple oder so dass die ganze Welt kaufen will ja und dann gehen diese genialen Unternehmer hin und sagen liebe ich könnte jetzt noch viele Freunde und Freundinnen gebrauchen die mir bei der Produktion dieses iPhones helfen sozusagen ja und dann wissen die Leute die dort arbeiten wissen ah ja ich kann zwar hier mithelfen bei der Produktion dieses iPhones aber ich hätte das niemals selber erfinden können das hätte ich nie gekonnt und deswegen weiß ich auch dass ich nicht hingehen darf und sagen kann ja jetzt lieber genialer Unternehmer ich will von dir alles Geld du dir steht eigentlich gar kein Unternehmerlohn zu sondern du bist ja ein böser Ausbeuter du bist ja nur ein Mehrwert Abschöpfer du hast ja gar nichts geleistet und ja also quasi das was Karl Marx gemacht hat einfach sozusagen den Unternehmern ihre Leistung abgesprochen und weggeredet hat sozusagen und da gehen eben die Masse der Bevölkerung nicht mit weil sie sagt nee ich habe jetzt wenigstens überhaupt Arbeit und die Arbeit habe ich nur weil eben dieser geniale Unternehmer etwas gekonnt was ich nie gekonnt hätte und deswegen erreichen auch die Linken nie mehr als 50% oder 60% also nie so viel dass sie regieren wirklich im großen Stil regieren könnten ja also das war war unser heutiges Tagesthema also liebe Fridays for Future liebe Greta Thunberg ohne diese Pressekonferenz werdet ihr niemals den Kohle Stopp 2026 den die Next Scientist for Future immer noch gerade so für möglich halten vollfinanziert bekommen denn wie gesagt nur die Next Scientist for Future das kann übrigens der Christian Felber nicht nur die Next Scientist for Future können ein jährliches Wirtschaftswunder von 0,5 Billionen Euro erzeugen in Deutschland alleine und daraus kann man alles finanzieren den 900 Milliarden Euro sieben Jahre Plan für das Klima aber ihr werdet das alle nicht bekommen wenn ihr nicht endlich 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 nachdem ihr schon über ein Jahr vergeudet habt verschwendet habt sozusagen ja wir müssen uns das nochmal klar machen jeden Tag verlieren wir in Deutschland sinnlos anderthalb Milliarden Euro wahrscheinlich sogar über anderthalb sagen wir aber seien wir ganz großzügig und sagen nur nur eine Milliarde Euro pro Tag verlieren wir und die Fridays for Future haben jetzt 13 Monate seit dem ersten Angebot der Next Scientist for Future 14 Monate ins Land streichen lassen also quasi ja was ist das ja die haben genau genommen schon 500 Milliarden Euro die wir schon längst hätten einsparen können die haben wir einfach verbrannt haben die Fridays for Future verbrannt zum Fenster raus geschmissen die hätten mit den 500 Milliarden hätten wir beim Klima schon in Deutschland und so weiter bei der Umgestaltung Deutschlands schon richtige Wunder bewirken können aber die 500 Milliarden sind weg die kann man auch nicht zurückholen denn wenn sie wenn sie jeden Tag und das macht die soziale Marktwirtschaft wenn sie jeden Tag im Ofen 200 Euro Scheine in tonnenweise verbrennen dann sind die weg die können sie nicht wiederholen das ist einfach weg das ist so ähnlich wie wenn sie Gold sozusagen im Ofen schmelzen lassen und der sickert dann ins Erdreich rein und verschwindet irgendwie oder kommt ins Meer und so weiter das ist unrettbar verloren das können da müssen sie dann wieder Milliarden aufwenden um das irgendwie aus dem Meer wieder rauszuholen das Gold also das ist weg und deswegen haben wir jetzt in den letzten 14 Monaten tragen Fridays for Future quasi die Verantwortung für den Verlust von 500 Milliarden Euro die man problemlos hätte fürs Klima verwenden können aber so ist das mit dem Irrtum in der Welt die irren sich halt und letztens das hat mir ja der Leiter des Orga Teams Fridays for Future Köln oder ich weiß nicht was er ist oder Pressesprecher oder irgendwas ich weiß es nicht ganz klar gesagt nein wir werden wenn wir mit dem Kopf so lange wie möglich gegen die Betonwand schlagen wir werden da durchkommen aber vielleicht ist es ja auch noch nicht mal eine Betonwand vielleicht ist es eine Gummimand und man federt immer nur zurück und es passiert gar nichts ja also so viel wohl zur jetzigen wissenschaftlichen Tages schau heute tschüssi bis bald und wie gesagt ich hoffe sie verstehen dass sie hier am einzigen Ort der Wahrheit in der Welt sind auf dieser Erde ja und bitte tun sie was machen sie was sagt der lehrer Mafi immer so schön ja tun sie was machen sie was denn sonst passiert gar nichts tschüssi bis bald tschüssi